Schönheit Schönheit Leid im Auge des Betrachters Tattoos Körperkunst Untätowierte Menschen Auch okay Piercings Finde ich auch Körperkunst Schmerzen Gehört leider dazu Nackte Haut Viel Platz zum Tätowieren Grossmutter Untätowiert Kriminell Tätowiert und Untätowiert ist kriminell Vorurteil Muss man damit leben Sexy Ich finde es mega sexy Zungenkuss Gespalten wahrscheinlich noch etwas spannender Alter Schrumpelige Haut ist sowieso scheisse Ob mit Tattoos oder ohne Anders sein Wird man automatisch Soweit man stark tätowiert ist Körper Für mich da zu verändern Hobbys Lismen, Backen, Hundenpullys machen Gartenarbeit Also ganz spiessig Freak Ist anscheinend so ja Akzeptanz Immer mehr Intoleranz Muss man damit leben Sucht Finde ich nicht Aber ähm Ist es für viele Leute wahrscheinlich gleich Roi Hoffentlich nicht Bei mir nicht Hübsch Im 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 Vielen Dank.